Oh mein... Was? LOL! LOL? Hä? Junge! Das kam so unerwartet, Alter! Also wir haben hier... Wir haben hier... Also wir haben jetzt hier... Wir haben hier was vorbereitet... Black Mode oder? So Leute, wir haben heute was vorbereitet und zwar eine Minecraft Optical Illusions Map. Ich würde sagen, wir jumpen da mal ganz kurz rein. Optische Täusche in Minecraft, werden wir uns übergeben? Antwort A bis B? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt eigentlich gehen? Weil wir haben ja... Wir gucken uns das zusammen jetzt an! Optische Täuschungen Minecraft, Mann! Micro Optical Illusions 14? Wie viele sind denn das? Okay, womit fangen wir an, Lukas? Ja, ich würde sagen, ganz vorne, oder? Das sind eine Menge optische Täuschungen. Pass auf. Beginnen wir mit der Dragon Illusion. Hä? Siehst du es? Hä? Weil es halt so umgekehrt ist. Verstehst du es nicht? Nee, ich... Verstehst du es nicht? Das ist halt so... Ich catch es nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten, komm. Digga, das war ja richtig krank. Alter! Boah, Junge. Uff, das ist echt krass. Das ist trippy, Junge. Das ist trippy. Okay, ich... Pass auf. Das ist alles eine Ebene. Es sieht nur von oben so aus, als würde es runtergehen. Guck mal, als könnte man in der Mitte runterfallen. Der... Alter, das ist schon krass gemacht, oder? Das ist richtig geil gemacht. Ja. Also wir schauen uns das heute einfach mal zusammen so ein bisschen an. Das ist schon cool. Das hat wirklich weird. Ja. Okay, nice. Ich bin gespannt, was wir noch so haben. Sideways. Oh mein... Was? Oh, lol, es ist unter mir. Hä? Lol. Guck mal, das hier ist oben. Lol. Alter, okay. Das ist trippy. Digga, das ist wirklich next level trippy. Holy shit, Junge. Der Vibe soll mal rappen live. Nein, bitte nicht. Sliding giant Neckworlds. Oh, I have English 1 in Zeugnis drin. Hä? Hä? Sliding... Bewegt sich hier irgendwas? Schreib mal in Chatlo, da sehn ihr da irgendwas, aber ich sehe einfach nichts. Ich raff's auch nicht. Warte mal, vielleicht, dass die Linien irgendwie enger vorkommen, als die sind, weil die sind ein... Äh, ich hab einen Sprachfehler. Die sind vom Abstand her genau gleich. Was ich mein? Hm. Ach, die dreidimensional. Guck mal, jetzt sehe ich das. Oder bin ich besoffen? Ja, wahrscheinlich. Digga, ist einfach gar nichts. Nächste Map. Den Dropper. Ja, das kennen wir schon. Boah, das sieht geil aus. Oh mein Gott. Ist das befriedigend. Ich will das nochmal machen. Ich will das nochmal machen. Ich will das nochmal machen. Tja. Ich will gern... Dann ey, komm du mal raus. Ich... Okay. Okay, nochmal nochmal. Das sieht schon geil aus. Boah, Junge, das ist echt crazy. Das ist trippy as hell. Crazy, Junge. Lul, das ist hier nochmal drunter. Guck mal. Oh mein Gott, was für ein Kopf. Das ist einfach gespiegelt. Siehst du das? Nein, okay. Boah, Junge, Alter. Das sieht krass aus, weil die halt aussehen, als wären sie so, aber die sind komplett gerade. Als wären sie halt gebogen, oder? Ja, aber die sind gerade. Nee, die sind gerade. Sind die nicht gebogen? Nein. Also die Illusion ist, dass die gebogen sind. Die sind gebogen, ne? Das ist geil, Leute. Das ist geil. Boah, holy shit, guck mal, was dieses Game alles hergibt, ne? Wie krass, Mann. The Mindshaft Drink. Lol. Das ist einfach... Das ist einfach ein Bild von Trimax. Ja, moin. Das sieht halt geil aus. Boah, Junge, guck mal, wie es aussieht, Alter. Das sieht krass aus. Wie krass, oder? Ja. Holy shit, Mann. Richtig, richtig crazy, Mann. So sieht aus, als wäre es nur ein Blockpad. Ah, okay, warte mal. Ja, okay, ja. Boah, Junge, mein Kopf, Alter, wie krass. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bewegt sich das? Nein. Hey, das sieht so aus. Wenn du von außen nach innen guckst... Oh, lol, Alter, hä? Guck mal genau in die Mitte und dann außen rum. Auf einmal bewegt sich das in der Mitte. Das wackelt so ein bisschen, ne? Hä, wie krass, Junge. Was, Alter. Das überfordert meine 2 Gehirnzellen. Oh, mein Gott, guck mal, jetzt. Remix. Oh, Junge, guck mal. Hör mal auf, ich... What the fuck, Alter, das... Gott, äh. Als ob die so alle verschieben... Es wird sich alles komplett verschieben, Junge. Wie krass, Mann. Hä, wie crazy ist diese Map, bitte? Wie geil. Ah, Digga, das ist heftig. Ich fliege hoch, du kannst auch fliegen. LOL. Das sieht aus, als würde das komplett zusammenhängen. Guck mal. Ja. Das würde wirklich so aufeinander stehen. Und wenn man jetzt hoch geht... Alter. LOL. Guck mal, wenn man von vorne nämlich... Mit der Leiter, ja, Mann. Wenn man genau so steht, die ist halt komplett normal. Aber wenn man da rangeht... Oh mein Gott, Junge, wie trippy, Alter. Hä, wie krass, Mann. Wie crazy, dass Menschen sowas herausfinden. Beziehungsweise sowas halt nachbauen. 16 waren wir noch nicht, ja. Digga, ich krieg Augenschmerzen. Das ist so krass. Guck mal, ist doch ein Stern in der Mitte, oder? Siehst du das? Ja, wenn du drehst, ja. Das ist so einfach gemacht, ne? Und man guckt dann einfach nur von oben. Was ist das denn hier? Man guckt einfach nur von oben drauf. Mein Gehirn tut weh, ich meins auch. Siehst du, das ist ein ganz normaler Tisch, ne? Ja. So, ein normaler Tisch mit einem Villager halt, ne? Ja. Nichts besonderes. Ja. Pass auf. Oh mein Gott, Digga. Was, Junge? Wie kann man uns so hops nehmen? Digga, der ist richtig krass gemacht. Erst recht mit dem scheiß Tischbein vorne. Das ist zu heftig, Alter. Zu krank. Zu krank einfach, Junge. So. Ah, guck mal, das wirkt so, als wäre er ganz ausgefüllt in dieser Halle. So riesengroß. Und der vorne ist klein. Ist der da, oder? Geh mal näher ran. Äh. Die stehen einfach nebeneinander. Krass, Digga. Der steht ja nicht mehr hinter dem, ne? Ne. Selbe Ebene. Selbe Höhe. Wie crazy, Mann. Junge, Junge, Junge. Das ist echt krass gut gemacht. Okay, pass auf. Der wird auch wieder komplett so sein wie hinten. Die Sachen. Okay, geh näher hin. Lol. Hä? Das ist vorne? Was ist jetzt vorne? Was ist hinten? Das ist jetzt vorne? What the fuck? Digga, was? Der dreht sich halt. Alter, das ist heftig. Boah, Digga. Komplett meinen Kopf. Okay. Guck, gönn dir mal, das ist ganz normal. Das mach nochmal. Ich geh nochmal näher ran. Du siehst ja den Stuhl hier, ne? Ja. Ganz normal. Hä? Junge, wie krank, oder? Geil gemacht. Digga, zu viel. Zu wild. Zu krank. Crazy, Alter. Bubbles. Die haben hier Blasen. Tja, moin Digga. Die bewegen sich. Wenn man genau in die Mitte guckt. Da muss mein Gehirn los. Lol, die bewegen sich alle? Alter, du, das ist zu insane. Alter. Wie kann das denn? Wie kann das denn sein? Guck mal, die mordeln so zusammen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich störe, das ist grad so der heftigste. Das ist über extrem bei mir. Alter, das ist so krank gut gemacht, Alter. Crazy, Alter. Boah, Junge, krass. Krass, Digga. Ich kriege ja Kopfschmerzen, man. Hä? Nein. Das sieht aus, als wären die Kreuze nicht symmetrisch. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wenn ich das jetzt drehe, dann rutscht der Querbalken. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, okay, okay. Boah, Junge, mein Gehirn ist einfach matschgleich, Alter. Digga, das ist zu crazy. Und da ist die 1. Ach, lol. Guck, 1. Was? 2. Ja. Digger. Tschüss. Das ist so simpel eigentlich, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich hier im Boden drin, ne? Das wirkt so ein bisschen dreidimensional. Ist es doch, oder? Ne. Ist es nicht. Liegt einfach nur in den Schatten. Sieht aus, als wäre es komplett plastisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Sandwich-Ice-cream. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war nicht mit meinem Kopf so, Alter. Guck mal. Es sieht halt aus wie so Milchschnitte. Und es ist halt wieder genau wie eben. Einfach komplett. So komplett normal, ne? Ja. Ja, moin. Alter. Ja, moin. Hybrid Vision. Einfach nur hingucken. Einfach nur in die Mitte gucken. Die ganze Zeit, Leute. Full drauf gucken. Nur. Oh mein Gott. Was? Ich sehe immer noch alle Linien. Ich sehe alle Linien über Kreuz. Juck mal. Lol, Digga. Lol. Lol. Crazy. Wie kann denn sowas so krank sein, Alter? Alter schreibt aber entscheidend mit Farbenblend. Rip an der Stelle. Rip. Du kannst das Ganze ja nicht erleben. Okay. Mach weiter mit Rising Wall. Digga, das ist einfach zu wild hier. Das ist einfach zu wild, finde ich. Oh mein Gott. Das wird zusammenfallen. Guck mal. Das ist das Ding. Boah, Junge. Krank. Siehst du, was ich meine? Ja. Ja, ist wieder komplett alles. Oh, das sind zwei Wörter. Warte mal. Drehen wir rum. Gibt es da noch was? Ja. Ja, think. Something. Von oben. Uuff, Junge. Das ist halt wirklich... Das Ding hat das wirklich insane gut gemacht. Crazy, 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 Alter. Wie viel Zeit da drin stecken muss, Mann. Also der originale Auto ist auf jeden Fall mit allem in der Liebeschrankung verlinkt. Changing tint. The blue looks different, but in the same. Das blaues Beißen hat selber, aber das sieht grün aus hier. Oh mein Gott, das stimmt. Guck mal, das untere hat eine ganz andere Farbe. Lol. Ich hab eine rot-grün-Schwäche. Was? Unsere Augen sind zu dumm, um das zu verstehen. Hey, Junge, ich schwör mir. Krass. Digga, mir wird dir gleich übel, Alter. Ist ja 3-Divensional. Ist ja 3-Divensional. Ist ja 3-Divensional. Ja. Steht halt aus, als wären in der Mitte diese vier großen Blöcke oben und ab dann pyramidenmäßig. Ist es aber nicht. Ist es selber an einer Ebene. Boah, Digga. Ja. Alter, drunter fällt jetzt der Effekt noch krasser. Merkst du das? Krass. Guck mal, wenn man jetzt hochgeht. Ist ja eine Pyramide. Ja. Ist es aber nicht, Alter. Inverted Square. Also ein inventiertes Viereck. Digga, ab jetzt. Hier unten wird es nicht schlecht, Alter. Guck mal. Oh mein Gott, verstehst du es? Ja, es ist nach innen, aber nach außen gleichzeitig. Ja, ja, ja. Lol, Digga. Das ist so simpel und trotzdem f*** in meinem Kopf, Alter. Ich hätte schwören können, hinten ging es noch einmal runter. Was ist das jetzt? Ach, in der Mitte ist halt ein Kreis. Wo? Ja, in der Mitte ist ein Kreis. Guck doch, achte mal drauf. Nee. Hä, natürlich. Ich sehe es nicht. Warte mal, du siehst in der Mitte keine Farben. Hä? Ich sehe da Farben, aber ich sehe keinen Kreis. Ja. Du musst halt... Ja, ja. Achte mal auf die Ränder, wo die Farben aufhören. Also ich sehe da übel kranken Kreis. Ich nicht. Ich sehe es nicht. Wenn ihr den Kreis seht, dann habt ihr eine Behinderung. Ja. Du hast wieder einen ziehen lassen, oder? Ich werde einfach gehen. Lukas, guck mal bitte. Junge, es stinkt so ekel. Alter, was? Ne... Wah, Digga. Oh, die shit, warte. Das nimmt mir komplett das Leben. Das nimmt mir komplett das Leben. Sprüh es jetzt auf mir und schlag dir in dein Gesicht. Boah, Leute. Natürliche Abwehrstoffe gegen Gewalt verdient. Ich blick an der Stelle. Verstehe ich es nicht. Gar nichts. Egal, komm, nächstes. Scheiß drauf, Leute. Looool. Looool. Digga. Junge. 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 Das kam so unerwartet, Alter. Das war richtig krass. Nee. Junge. Das war heftig. Junge, Junge, Junge. Wie krank, Alter. Digga, man denkt sich halt einfach nicht... Es ist alles eigene Ebene und dann geht man nach vorne und es ist einfach der Block, auf dem man steht, Junge. Wie krank. Dieses Game, Junge. Dieses Game. Ich sag's immer wieder. Halt's Maul. Sind es zwei Gesichter, die sich küssen oder ist es ein Cage? Ich seh gar nichts. Zwei Gesichter im Grauen oder ist es ein Cage? Oh mein Gott, jetzt seh ich die Gesichter? Ich mach mal ganz kurz. Was? Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen am Anfang, aber jetzt übertrieben. Ey, sind es zwei Gesichter? Krank. Ich seh halt beides. Seht ihr beides, Chat? Seht ihr beides? Niko schreibt, seht ihr auch den Elefant? Niko, äh... Es sort of square, okay. Okay, let's go. Woah. Digga. Okay, das ist... Das ist krass. Next Level trippy. Lol. Das ist so... Das ist so... Dieser Meme. Ja, dieses Tremolo-Ding. Krass, Alter. Wie kann das so krass sein, oder? Was kommt jetzt? Lol. Wenn das jetzt nicht 3D ist, rast ich komplett aus, aber das ist 3D. Safe call. Hä? Digga, wenn das nicht 3D ist, ich rast komplett aus. Tut es nicht. Das sind einfach nur Grauschales. Was? Junge. Aufgeregt. Das macht den Schatten, dieses Ding. Das macht mal oben drauf den Schatten, diese... Ach, lol. Junge, Junge. Leute, diese Map ist auf jeden Fall zu krank, man. Leute, was soll ich sagen? Extrem... Schöne Map. Extrem crazy. Checkt das gerne mal in der Videobeschreibung aus. Schaut auf jeden Fall an den Map-Ersteller. Extrem crazy cooler Typ. Heftig. Adam. Ex-EPs Illusion Map. Soviel dazu an der Stelle. Schaut auf jeden Fall gerne bei der Wahl vorbei. Das war's an der Stelle von uns beiden. Jetzt dafür. Dann schauen wir auf jeden Fall. Die Möchaner Klinge. Die Möchaner Klinge. Bei mir ist auf jeden Fall. Der Liebe kann auch noch ein Schuh. Aber eine Sache nicht. Der Freiheit. Die Möchaner Klinge. Der Herr Schuh. Vielen Dank.